Gibt es hier oben Lust? Ja, sieht nach Luft aus. Das sieht gut aus. Ach ne, hier ist gar nichts. Okay, dann da rüber. Was ist denn hier? Ein paar Eisenbrocken. Oh, hier ist ein Schatz. Schatz Nummer 1. Ein bisschen Licht. Und wie sieht es mit Schatz Nummer 2 aus? Okay, die Höhle scheint größer zu sein als gedacht. Ein bisschen Eisen, komm schon. Hier Eisen. Wo könnte es denn weiter gehen? Nimm alles. Wir sind doch hier reingekommen, oder? Aber hier. Irgendwo durchzwingen. Ne, ist nicht, ne? Ne, du sollst hier. Oder geht es hier weiter? Ne. Okay. Na, dann müssen wir nochmal da draußen schauen. Im Zweifelsfall, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal schwimmen. Schätze ich. Hier hinten war nichts. Nein. Hier ist weiter auch nichts. Da hinten. Hier haben wir Luft geholt, oder? Dann sind wir hier rüber. Ja, dann gucken wir mal hier drüben links. Mal gucken. Hm. Gehen wir mal nach unten. Na ja, ich bin mir nicht so sicher. Da unten ist zwar noch ein bisschen was. Ne. Hier ist aber kein Schatz, ne? Hier geht es auch nirgends wo. Ne. Gehen wir erstmal nach oben wieder. Oder sind wir hier? Ach ne. Hier ist aber ganz, ne. Da muss doch noch mehr sein. Wir schwimmen erstmal kurz hier rüber. Tauchen da nochmal auf. Hier. Dann weiß ich auch nicht so recht. Gucken wir da nochmal. Wo ist das? Ach hier. In der Ecke. Aber hier ist ja jetzt... Ich bin mir nicht so sicher. Okay, doch hier ist neu. Okay, da hinten ist er. Sehr gut. Und los. Dankeschön. Und dann haben wir die Höhle der Ioniden. Erfolgreich geplündert. Yes. Das haben wir gut gemacht. Und jetzt geht es aber raus. Und jetzt geht es aber raus. Aber ganz schnell. So, dann tauchen wir wieder ab. Komm, wir tauchen mal ab. Und dann... Wenn ich wüsste... Doch, hier. Genau. Und hier nach oben. Und dann müssten wir den Ausgang finden. Komm. Ja, du schaffst es schon. Das sieht gut aus. Danke. Und Updates. Updiluzi. Kopfgeld entfernt. Das war nur da unten. Wahrscheinlich, weil wir in einem neuen Gebiet sind, schätze ich mal. Das könnte so sein. Und hier hoch müssen wir noch. Elis. Ja. Ist geschwächt. Wir müssten da auch mal... die Schlacht schlagen. Na, komm. Lässt du mich aufsitzen. Dankeschön. Jetzt sind wir wieder... Mh. Wir reiten ja mal an dem Rand... ...des Gebietes lang. Und da sammelt sich das Kopfgeld immer wieder. So, hier. Wo sind wir jetzt? Noch eine Höhle. Grab der Tochter von Atlas. Eine Stele, natürlich. Ja, hier geht es ganz normal rein. Aber da hinten... Ja, klasse. Wir haben... Wir müssen da hinten irgendwas übersehen haben. Ihr wisst schon, da bei der Ruine... Das ist komisch. Das ist komisch. Ich werde ein bisschen suchen. Und wenn ich das... Also ich werde da noch nicht reingehen. Wenn ich es dann gefunden habe. Mann, du sollst hier... Mal die... ...komische... ...Schlange anzünden hier. Okay. Wie beim Zahn. Nimm schon alles mit. Ne, wir zünden jetzt nichts an hier. Wir holen uns jetzt nur fix... ...die antike Stele. Ja, und die Schlange. Natürlich. Ich wünschte mir, ich hätte irgendeinen... Ja. So einen Flächenschuss oder sowas. Was ist hier? Ein Schatz. Hey. Und brennst du schön? Ja, das ist auch gut so. Und du brennst auch? Ja, super machst du das. Komm. Weiter geht die Suche. Oh, hier ist aber noch viel. Ach so, das sind die Dinger. Hier ist sie schon. Na los, komm. Putz sie ein bisschen ab. Ja. Ja. Machst du gut. Und dann... Na? Wie sieht's aus? Ja. Haben wir gefunden. Haben wir gefunden. Das ging gut. Gut. Okay, dann schieben wir mal die Sachen hier beiseite. Ähm. Wir machen erstmal hier ein bisschen Platz. Und jetzt gucken wir mal. Och, hier ist ja massig Platz. Ähm. Dann gleich hier raus. Komm. Wo sind wir denn hier? Oder geht's noch tiefer rein? Okay. Gut. Was ist denn hier noch? Eine Schlange. Natürlich. Hier muss doch sonst noch irgendwas sein. Wieso hat denn der uns hier? Hä? Wozu hat der uns hier reingelockt? Wenn hier nichts weiter ist. Hier. Ja, ich wollte schon meinen. Und da ist noch ein fetter Schatz. Das freut mich sehr. Und dann haben wir's. Sehr gut. Das ist toll. Das ist echt toll. Dann... Ja, natürlich die falsche Richtung. Wie elegant. Und dann raus hier. Und dann gehen wir da runter. Nein, jetzt wird nichts mehr bewegt hier. Jetzt geht's nur noch nach Hause. Also... 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 Im übertragenen Sinne. Es geht nicht wirklich nach Hause. Sie ist nie zu Hause. Wo kommen wir denn hier wieder hin? Ach so. Was ist der normale Ausgang? Ja. Schön haben wir das gemacht. Ein Fähigkeitenpunkt. Dankeschön, liebes Spiel. Da muss ein wenig Feuer wieder ran. Hier auf Krieger. Und Feuer. Wo haben wir das? Hier. Super. Auf 20% kann man da wahrscheinlich noch. Ach, dann gucken wir uns noch mal kurz die Karte gleich an. Wir sind hier... Oh Gott. Mann, ich wollte doch hier runter. Jetzt tut mich das komische Spiel von... Hm. Ne, dann gehen wir jetzt hier. Ach Mann, ich halte es nicht aus. Mal sehen, wenn wir hier oben sind. Oh, hier ist ja auch noch so viel. Wir kommen hier nicht mehr weg. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr weg. Oh, du, das ist ja... Oh, das trifft sich richtig gut, mein liebes Tier. Los, die Fackel weg. Dann fix da noch hoch. Ich wollte aber da runter, Mensch. Na gut, dann hier nicht hoch. Dann hier lang. Ich wollte da runter. Und endlich zu dem Quest kommen, aber... Das Spiel möchte es nicht. Und das unterstützen wir natürlich vollkommen. Also, wenn das Spiel es nicht möchte. Und lieber zu dem Teutis-Lager. Ne? Kriegsverräte. Diesmal müssen wir aber wirklich die Kriegsverräte verbrennen. Ich glaube, das machen wir gleich mal als erstes, würde ich sagen. Hierin. Dann holen wir uns als erstes die Kriegsverräte. Hier. Weiches Leder. Sehr gut. Und dann geht's ab. Was? Wieso nicht? Guck, ich bin hier hinten. Ja, hier bin ich. Boah, die sind aber... Ich weiß, warum das so schwer ging. Das merke ich jetzt erst. Ich habe die falsche Axt ausgerüstet. Ich habe die falsche Axt ausgerüstet. Ich bin überrascht, wie lange du durchhältst. Das ist die richtige. Das hat mich aber gewundert. Wieso ich so schlecht war. Aber jetzt ist es kein Wunder mehr. Jetzt ist es kein Wunder mehr. Oh, hier sind aber viele. Kein Wunder. Hier bin ich. Komm. Ach, dann zünden wir weiter ein bisschen. Kann man jetzt so viel Feuerschaden machen. Dann lassen wir die ein wenig brennen. Kopfschuss-Kill. Und... Nein, nicht mit mir. Okay, wir müssen sie rankommen lassen. Verliert deine Deckung. Ja. Und du auch. Hier bin ich. Oha. Der hat uns trotzdem fett erwischt. Da wären wir gleich tot gewesen. Ja, ihr ist seltener. Ach, da bist du. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Wir holen, machen erst mal... Mist, das war nichts. Oh, der ist aber sehr giftig, der Typ. Ah, weg. Ah Mist, genau rein. Genau rein. In den salzigen Typen. Du tust mir gar nichts. Ich muss mal ein bisschen ausreisen hier. Ich muss mal ein wenig ausreisen. Ja, das bin ich. Ich muss mir mal kurz raus. Oh, zwei. Oh, zwei sind es natürlich. Zwei Stück. So. Oh, drei jetzt. Ah, super. Das läuft ja richtig gut, Jungs. Okay, dann Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und dann nochmal drauf. Komm. Ah, vorbei, Mist. Leider vorbei. Sonst hätte es gut geklappt. Ich muss mich erstmal heilen. Ich versuche es zu vermeiden. Gehen wir es noch wieder hier rein. Hier rein, komm. Nach hinten. Mann, manchmal da. Okay, ihr seid erstmal da draußen. Das gefällt mir gut. Oh, die kommen auch da rein. Boah. Krass sind die drauf. Die sind richtig gut drauf. Ja, kommt mal alle ran. So, ich muss ja mal weg. Oh, wow. Okay, dann diesen. Und dann den. Und den. Und dann nochmal. Ah, Mist. Ich war wieder zu... Oh, es hat doch noch geklappt. Komm. Mist. Oh, da ist wieder einer verbrannt. Und der nächste. Oh, wow. Da hat er mich wieder erwischt. Au. Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh, jetzt hat er mich doch geketzelt. Oh, der ist echt gut drauf, der Typ. Oh, weg. Ja, ich muss mal hier wieder... Ich muss mal hier wieder außen lang. Dann klettern wir hier wieder rein. Das stimmt. Das kann sein. Aber... Das Teutis-Lager ist abgeschlossen. Was? Auf mich? Das kann ich gar nicht glauben. Er hat mich wirklich... Schlag da mal zu. Oh, Mist. Er hat mich nicht zuschlagen lassen. Und dann war's das mit dir. Ja, was willst du denn? Hättest du dich nicht noch mit dem... mit dem komischen Söldner abgeben können? Hä? Komm, jetzt. Brenn doch mal schneller. So. Da haben wir jetzt mal... Knall-Auffall-3-Söldner weggekloppt. Es war... Zackig. Kannst du nicht anders sagen. Wir mussten schon ein paar Mal die Beine in die Hand nehmen. Komm, hier ist doch noch mehr. Nicht noch mehr. Hier. Und die Söldner... Wo haben die ihr Zeug liegen lassen? Warte mal. Draußen müssten da auch noch welche sein. Dann gucken wir erstmal nochmal raus. Wo wart ihr guten Söldner abgeblieben? Keine Söldner mehr? Hm. Schade. Da ist noch... Ach nee, das ist nur komisches Holz. Ja. Wir werden sie schon alle erwischt haben, ne? Okay. Sieht gut aus. Aber jetzt... Ah, klasse. Es geht so weiter. Das geht so weiter. Jetzt... Wir machen aber... Wir machen jetzt uns auf den Weg da runter. Zu den Quests. Sonst kommen wir da nie an. Sonst kommen wir dann... Hier geht's raus. Wirklich. Sonst schaffen wir das nicht. Okay. Mitten auf dem Berg. Ja, hier bin ich. Ne, nicht so vorbei. Bitte halt an. Ja. Danke. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, endlich ein bisschen ausruhen wieder. Ne, so. Und dann... Wo geht's hin? Oh, Obsidian. Einfach so lag das da rum. Toll. Wer bist du denn hier unten? Zeig mal her. Okay. Gucken wir erst mal, ob hier was ist. Erdrutschbanditen. Hm. Aber das ist nicht das, wo wir hingeritten sind, ne? Ah ja, doch. Okay. Na gut, dann... Sagen wir den Banditos kurz guten Tag. Was denn? Ah. Was? Gibt's doch gar nicht. Kann ich gar nicht glauben. Oh, gleich alle beide. Das war ja gut. Das war ja richtig gut. Mann, Jungs. Komm. Wenn ich den einpreffe... Hallo. Uh, das war böse. Boah, zwei mit einem Schlag. Aua. Aua. So ein giftiger Typ, ey. Ja, ich kann auch giftig sein. Boah. Okay. Brennst du? Komm mal her zu mir. Okay. Und dann war's das. Mit dir. Sehr giftiger Typ. Wirklich sehr giftig. Äh, komm hier. Nimm mit, nimm mit. Gefangene, wo wart ihr? Hier. Ich komme, Freunde. Nummer eins. Ich kann es noch nicht glauben. Äh, ich... Du dich auch mal befreien. So. Ich kann dir gar nicht genug danken. Nö, ist, ist okay. Ist wirklich okay. Ich hab das gerne getan. Ich wollte nämlich hier runter. Unbedingt wollte ich da hin. um endlich mal dieses Quest zu starten. Na, lass mich aufsteigen. Dankeschön. 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 Mal schauen. Die sind immer etwas umfangreicher und gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Meistens. Und so. Die Staatsstärke ist gefallen. Lass dich nicht stören. Ist schon gut. Du hast die Stimme eine Sirene. Ich würde gern mit dir singen. Du warst nie eine gute Sängerin. Ach, komm. Du hast schon immer besser gekämpft als gesungen. Und du bist noch immer so schön wie damals. Die Hälfte der Zeit war ich schlammverschmiert. Auch jetzt noch. Das bringt das Leben als Bäuerin wohl mit sich. Ich habe deine Nachricht bekommen. Woher wusstest du, dass ich in Akkadien war? Alle jagen dem Söldling mit dem zerbrochenen Speer und dem Adler Also bin ich auch auf eine kleine Jagd gegangen. Ganz gleich, wo ich mich auf Kephalenia versteckt habe, du warst die Einzige, die mich immer finden konnte. Weil du so schrecklich schlecht beim Verstecken warst. Hm, na gut, dann wollte ich immer gefunden werden, ne? Vielleicht hast du mich nur gefunden, weil ich das wollte. Wir wissen beide, dass ich besser beim Verstecken war. Ich beweise es dir. Du bleibst hier, machst die Augen zu und zählst bis 10. Dann suchst du mich. Du machst Witze. Komm, es wird wie in den guten alten Zeiten. Aber kein Schummeln mit Icarus. Los, mach die Augen zu. Kein Schummeln mit Icarus? Hex, Duo, Reis, Tetara, Pente, Hex, Hepta, Octo, Aenea, Deka. Okay. Oh, der Bogen sieht gut aus. Ja, wo wir aufgehört hatten. Und dann müssen wir mal Anais finden. Sie ist irgendwo hier rübergegangen. Das nennst du Verstecken? Du bist besser im Spurenlesen geworden. Ja. Ja, ich wollte dich halt gerne wiedersehen. Es ist ewig her, dass wir uns gesehen haben. Ich konnte es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Wann bist du denn so liebreizend geworden? Seit ich deine Nachricht erhielt. Es ist wunderbar mit dir. Ich will alles über dein Leben erfahren. Erzähl ab dem Moment, als ich weggegangen bin. Und erzähl du von deinem. Bei meiner Geschichte würdest du einschlafen. Komm, gehen wir zum Strand. Lass uns so reden wie früher in Sami. Hm, das kann aber lange dauern. Ähm. Ja, danke. Okay, auf zum Strand. Und dann wollen wir Geschichten erzählen. Ob das natürlich wirklich alles ist, was die wollen. Na, bin ich ein wenig. Nun ja. Und? Wo ist denn hier ein Strand überhaupt? Nach rechts, ne? Ja. Woher scheint ganz schön weit. Der Strand scheint echt weit weg zu sein. Ja, komm. Es wird ein wenig heller. Erzähl doch mal schon was. Da können wir uns jetzt schon ein bisschen... Hm. Ich bin schneller als du, hm? Na gut, dann bin ich halt schneller am Strand. Was soll's? 13 Meter. Sie fällt zurück. Wo sind wir? Hier waren wir da gerade? Ah, wir sind hier rüber. Oh, guck dir das an. Ganz neue Gebiete. Oh, Mann. Lager am Fluss. Ja, komm. Hikeaton, oder wie du hießt. Du kannst mich mal. Ich muss meiner Freundin folgen. No. Mensch, die Map ist so groß. Die Welt ist so riesig. Und die DLCs sind wahnsinnig. Ich halte es immer nicht aus. Okay. Fischerhafen. Von... Okay, da geht es doch noch weiter. Na ja, Verzeihung. Ja, du hast auf mich gewartet. Dankeschön. Okay. Wir müssen hier erst mal das Eisen holen. Und jetzt kann ich mit dir reden? Schönes Plätzchen hast du hier rausgesucht. Ne, nicht aufsitzen. Ich führ mal das Pferd ein wenig weg. Komm, und jetzt sag mal. Das klingt sehr gut. Gut. Wir holen mal die schönste Muschel überhaupt. Oh, jetzt ist das Kopfgeld wieder weg. Mal sehen, was hier unten ist. Na, schwimm mal noch ein bisschen. Komm, meine Gute. Und dann ab mit dir. Und? Wo ist denn hier was? Hm, noch tiefer wahrscheinlich, oder? Ah. Da bist du ja. Oh, natürlich. Haifisch, klar. Ach so, Konflikt verlassen. Und, bist du noch da? Kann ich auch unter Wasser? Ne. So. Dann war's das mit dir. Gib mal alles her. Weiches Leder. Roßfleisch. Ja, der Zweite, natürlich. Eroberungsschlacht. Na klar. Oh, ich muss mich heilen. Oh, das geht nicht. Tauch auf. Tauch auf. Ich kann mich da nicht heilen. Okay. Das war gut. Also, das Auftauchen. Der Hai war nicht so gut. Und da ist er immer noch. Oder hat er dich den Konflikt losgeworden? Ne. Der Konflikt ist immer noch da. Komm. Na los, triffst du mal. Oh, der hat mich. Mist. Mann. Was ist denn mit dir? Wo ist er? Wo? Oh, der trifft mich. Ununterbrochen. Ich muss schon wieder auftauchen. Ich muss schon wieder hoch. Fix hoch. Ich muss da leider hoch. Der ist sehr zäh, der Hai. Aber jetzt müsste es das letzte Mal gewesen sein. Hoffe ich. Ich hoffe es stark. Und? Wie sieht es aus, mein Hai? Bist du noch da? Oder kann ich jetzt... Oh, ich kann die Muschel haben wir. Ah, dann lasse ich den Hai in Ruhe. Der kann mich mal... Auf geht's. Ah, wieder unseren Schnell-Schwimm-Stil. Oh, wir hätten auch mit dem Boot rausfahren können. Ah, wenn wir clever gewesen wären. Aber wir sind einfach nicht clever. Das sind wir einfach nicht. Okay. Aber bisher war das nicht so spektakulär, dieses Quest. Mal sehen, ob da noch was kommt. Es war schön, ja. Aber spektakulär. Hm. Ja, die Haie waren es auf jeden Fall. Ich wollte das perfekte Geschenk finden. Ich wollte erst auftauchen, wenn ich das perfekte Geschenk gefunden habe. Es ist wunderschön. Du wärmst mein Herz wie die Morgensonne. Dabei haben wir uns Jahre nicht gesehen. Mein Herz brach, als du gingst. Ich könnte andere Teile von dir erwärmen. Und ich würde dir den Ozean bringen, wenn ich könnte. Das klingt gut. Für dein Lächeln würde ich alles tun. War es so schlimm? Anais, was ist los? Dich zu sehen, gemeinsam zu spielen und zu lachen wie in alten Zeiten. Es gibt etwas, was ich dir verschwiegen habe. Ich bin verheiratet. Ach so. Ich hätte es dir früher sagen sollen. Verzeih, komm zu meinem Haus. Ich erkläre dir alles. Naja. Wo wir aufgehört hatten. Ist sie verheiratet. Aber, hm. Und wo ist das Haus, meine Gute? Und wo ist denn das Häuschen? Na komisch, ja? Was da ist das Haus? Alte Flamme brennt heller? Maja, gut.